Na, jetzt war ich bayerischen Buben, jetzt bin ich ein schöner Matrachtler. Weißt du was? Aus den Preisen, du mach mir jetzt einen echten Buen. Wokst ein Schmelzler. Was? Schnupfersalzt. Das wird nix. Nein. Probier mir was anderes. Was denn? Sag einmal, Ochkatze scharf. Ochkatze scharf. Auf Gottes Willen. Das ist auch nix. Ja, wirklich nicht. Weißt du was? Eins probier mir noch. Was denn? Da. Sauf. Was? Saufersalzt. Und es geht doch. Aber nur mit dem guten Bier aus der Brauerei Schönramm. Aber nur mit dem. Untertitelung des ZDF, 2020